Hallo! Hast du dich schon einmal gefragt, was die Luft um uns herum eigentlich ist? Luft ist ein Stoffgemisch. Mit diesem und anderen Stoffgemischen wollen wir uns heute beschäftigen. Wir schauen uns dazu an, was Stoffgemische eigentlich sind und wie sie in unserer Umwelt vorkommen. Wie genau du diese Gemische erkennen und unterscheiden kannst, wollen wir uns in diesem Video einmal genauer ansehen. In der Natur kommen meistens Stoffgemische vor. Wir treffen in der Natur ständig auf Stoffgemische. Das können Gemische aus Sand und Wasser sein oder auch Steine, die verschiedene Materialien enthalten. Reinstoffe findest du dagegen selten. Stoffgemische bestehen aus mindestens zwei Reinstoffen. Es können natürlich auch mehr sein. Du kannst Stoffgemische in zwei Klassen unterteilen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probieres瓜.com Probiere es am besten. Probiere es mir nicht mehr in 100 ω. Vielen Dank.